2002. Im Weißen Haus führen neoliberale Falken einen Krieg gegen den Terror. Zunächst in Afghanistan und bald im Irak. In einer hypermaskulinen Zeit entwirft die Rapperin Missy Elliott neue Rollenbilder für schwarze Frauen. Sie ist dabei sexy, schlau und sie will ganz nach oben. Das ist eine Geschichte, die aus der Vergangenheit heraus eine Zukunft baut. Das ist die Geschichte von Work It. Es soll ja Leute geben, die wirklich rückwärts reden können. Wir können das nicht. Wir müssen uns mit Studiotechnik behelfen. Ähnlich wie das Missy Elliott im Jahr 2002 auch tut. Ja genau, Missy Elliott. Eine fantastische Musikerin und auch Produzentin vor allem. Das fällt manchmal unter den Tisch und ich kann mich erinnern, vor allem bei dem Lied, um das es heute geht, Work It, dass es wirklich ein Track war, der Menschen auf die Dancefloors geschmissen hat, die vorher möglicherweise zumindest in meinem Erlebnis gar nicht so oft miteinander getanzt haben. Also das war schon echt ein Knaller. Das ist Aisha Durham. Sie ist Kulturwissenschaftlerin an der Universität von Südflorida. Sie kommt aus derselben Stadt wie Missy Elliott, aus Hampton Roads. Das liegt an der flachen Atlantikküste Virginias. Dort mischen sich die Sounds aus dem Nordosten, aus dem tiefen Süden und der Karibik, sagt sie. So when you have people like Missy, who's working in production with Pharrell Williams or in Chad with the Neptunes, for example, or the Clips, the sound is taking kind of those kind of hard break beats in terms of old school hip hop that comes from the Northeast. But it's also mixing different kind of sonic qualities, like, you know, rhythm and blues. It's very experimental because of that kind of mid-Atlantic geography. Genau. Also die Musik da aus Virginia, die ist sehr experimentell, weil der Ort so ein besonderer ist. Es ist quasi so mid-Atlantic. Es ist weder tief im Süden noch Washington D.C. Es ist quasi zwischen allem und ist in dem Sinne sehr weit entfernt von den eigentlich großen Zentren von Hip-Hop. Hier kommen gleich mehrere Rapperinnen, Producer, die meisten davon sind männlich, aus dieser Großstadt, die dort ganz am Atlantik liegt. Zum Beispiel Pharrell Williams und Chad Hugo. Hier zu hören. Sie produzieren auch unter dem kosmischen Namen Neptunes das Rap-Duo Clips. Und auch Missy Elliott und ihr Schulfreund Timothy Mosley wachsen hier auf. Er ist besser bekannt als Timberland. Sie werden mit synkopiertem Funk bekannt und kurz davor kommt auch dieser andere Hit Get Your Freak On raus, garniert mit indischen Tablas. Hip-Hop dreht in seine experimentellste Phase Anfang der Nullerjahre ein. Also Asha Durham sagt hier, dass damals, also Ende der 90er, Anfang der 2000er, auf einmal eine Flut von hypermaskulinen Bildern im Hip-Hop zu sehen waren. Autos, Muskeln, schwere Ketten. Und schwarze Frauen konnte man damals vor allem in Musikvideos eher so als Beiwerk, als Daffage sehen, wo sie in den Hintergrund gedrängt wurden, aber begehrenswert und verfügbar und natürlich hübsch anzusehen waren. Nicht so bei Missy Elliott. Dort stehen Frauen ganz im Zentrum. Dieser Song ist auch eine Ode sozusagen an die Sexualität. Missy Elliott singt dort darüber, dass er sich wie ein Geier auf sie stürzen soll. Die Nägel sind nämlich frisch gemacht. Sie hat sich rasiert. Und die Haare machte sie auch. Wenn du einen großen... hast, lass mich dich durchsuchen und herausfinden, wie hart ich dich bearbeiten muss, zum Zerwahl, Pizzi, Rahe, zum Zerwahl, Pizzi, Rahe. If you got a big, let me search it. If I know how hard I gotta work, yeah. It's your primitive and when, yeah. Work it becomes a, in some ways, a kind of woman's anthem to talk about sexual agency or sexuality on our terms. Even in terms of objectification, it will be, I am participating in this. You don't get to own me or my sexuality. Also Work It wird in einer gewissen Weise zu einer Hymne für Frauen, um über ihre eigene Sexualität zu sprechen. Auch über die Formen der Objektivierung, die gibt es in diesem Sinne nicht mehr, weil sie sagen, jetzt bin ich hier, ich nehme auch teil, ich gehöre nicht mehr euch und auch meine Sexualität gehört nur mehr mir und nicht mehr irgendwelchen von außen drauf schauenden Dudes. Aisha Durham sagt auch, dass es im Hip-Hop lange Zeit eigentlich nur zwei Rollen gibt, die im Wesentlichen für Frauen, für schwarze Frauen zur Verfügung stehen. Das ist einerseits die fürsorgliche Mutter, andererseits das Flittchen. Und Missy Elliot bietet jetzt aber wesentlich mehr Rollenbilder an. Sie geht in diesen Raum dazwischen. Sie ist gleichzeitig das coole Girl, das sich auskennt oder atemberaubende Figuren tanzen kann. Sie ist eine Arbeitsbiene, sie ist gleichzeitig fürsorglich und begehrenswert. All das sowohl als auch. Und damit noch nicht genug. In dem Videoclip ja auch so etwas erzählt wie die Geschichte des Hanses. Wir hören hier Michael Rappe. Er ist Professor für Geschichte und Theorie der populären Musik an der Musikhochschule Köln. Er hat ein Buch über Work It geschrieben. Also es beginnt ja mit den frühen Steps. Dann kommen erst die Power Moves. Dann wechselt es an die Westküste. Dann hat man auf einmal diese dem Crumping entlehnten Moves oder Dancehall Moves, die die Frauen sehr selbstbewusst tanzen, in Reihe mit Missy Elliot zusammen. Und da fangen ja schon die Tänze miteinander an zu sprechen, in Anführungsstrichen. Und das fand ich so faszinierend. Und dann ging es weiter in die Sprache, in die Sprachspiele rein. Im Video zu Work It sieht man ja viel Breakdance. Breaking eigentlich, wie man dazu sagt. Du kannst dich wahrscheinlich daran erinnern. Man sieht dort bekannte B-Boys, die T-Shirts tragen, auf denen verstorbene Rapper zu sehen sind. Ja, darunter Biggie, also Notorious B.I.G. und Tupac, Tupac Shakur. Beide wurden wenige Jahre zuvor erschossen. Und Missy Elliot selbst trägt eine Jacke mit einem Porträt am Rücken, nämlich dem Porträt von Aaliyah. Und die war gerade auf dem Weg, ein riesiger R'n'B-Star zu werden, kommt allerdings 2001 bei einem Flugzeugunglück ums Leben. Und man sieht jetzt nicht nur Breaker, sondern auch sehr junge BreakerInnen, also die Zukunft des Breakdance. I don't know if it's a reference thing to mourning more than to a remembrance. And that idea of the remembrance is something that I think that she does sonically and aesthetically. And I think that Hip-Hop itself is always about remembering. And Hip-Hop, even as it is creating something new, it is always, always pulling from the path. Also Missy Elliot geht es um das Erinnern, das sagte Aisha Durham. Im Hip-Hop geht es sowieso ihrer Meinung nach immer um das Erinnern, um das Wiedererinnern und darum, aus der Vergangenheit heraus etwas Neues zu erschaffen. Man hört das ja ganz unmittelbar mit Samples, die sind ja in Bezug auf die Vergangenheit. Auf Workit sind zwei ganz spezielle Samples zu hören, nämlich aus den frühesten Tagen von Hip-Hop. Eines von Run-DMC, das sind Sampling-Pioniere, die mit Drumcomputern harte, minimalistische Beats produzieren. Und auf der anderen Seite ist eine 3-2-Klave zu hören, also ein afro-karibischer Rhythmus, den man zu Beginn von Blondys Heart of Glass hören kann. Diese Band mit Debbie Harry, der ist Frontfrau, hat ja wesentlich dazu beigetragen, dass Hip-Hop überhaupt erstmal aus der brennenden Bronx runter in die Downtown kommt, wo es dann von weißen College-Kids entdeckt wird. Und Missy Elliott gibt aber auch DJs eine Bühne. Sie reinszeniert diese Kulturtechnik. Ja, und zwar mit Scratches, denn das Video läuft dazu, vor und zurück, wie eben eine Vinyl auf dem Plattenteil eines DJs, wenn er scratcht. Und dann wird eben auch ein Teil des Refrains rückwärts abgespielt. Und wenn ich will, kann ich das alles flippen. Ich kann das alles zurückdrehen, ich kann das alles umdrehen, weil ich sozusagen, ich habe die Fäden in der Hand. Also das ist ja sozusagen das Faszinierende, diese Gleichzeitigkeit aus absoluter Kontrolle und Improvisation. Ja, also wenn ich da in meinem Grundkurs Hip-Hop 1 genau aufgepasst habe, dann haben wir da jetzt natürlich die vier klassischen Säulen von Hip-Hop beisammen. Also Breaking, das Tanzen, Graffiti, das ist die Kunst an Wände zu sprühen oder zu malen. DJing, also mit den Platten die Musik quasi herzustellen. Und natürlich MCing, das ist dann das Rappen selbst. Und nach allen Regeln der Kunst wird hier angegeben und angedeutet, geprallt und ganz buchstäblich werden die Worte verdreht. Und Missy Elliott baut damit eine Brücke aus der Vergangenheit heraus in die Zukunft. Das macht den Song unter anderem so herausragend. Weil auch. Ich sage es mal so ein bisschen verschwurbelt, weil der Song über sich selbst nachdenkt. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Der ist intelligent über sich selbst, um es noch verschwurbelt zu sagen. Wir haben also diese vier Säulen von Hip-Hop. Aber nicht nur das. Greifen wir noch zwei Tableaus aus diesem Video heraus. In einer Szene ohrfeigt ein schwarzer Sklave seinen weißen Sklavenhalter. Darunter kommt schwarze Hautfarbe zum Vorschein. Im Text heißt es dazu. Kunter, Kinte, wieder ein Sklave. Nein, Sir. Vorzeige Schwarze sagen, oh ja, Meister. Kunter Kinte, kennst du? Ja, vor allem über Kendrick Lamar, der darauf Bezug genommen hat auf dem Butterfly-Album. Es ist eine Romanfigur, die aber in den späten 70ern auch als Miniserie verfilmt wurde. Und da geht es um einen Sklaven, der immer wieder versucht zu fliehen. Sein Widerstandsgeist bleibt ungebrochen. Und Kunter Kinte ist eben sein richtiger Name, also sein westafrikanischer Name und nicht der Name, der ihm in der neuen Welt von seinen Sklavenhaltern gegeben wurde, um seine Kultur auszulöschen. Hier steht diese Figur dafür, dass Missy Elliott sich nicht kontrollieren lässt. Dann gibt es noch eine Szene in einem Haarsalon. So, this is a homosocial space of black women, where black women are able to gossip, but black women are also able to kind of create community and culture. So, there's a kind of remembering of these kind of black girl, black women spaces that help to shape what we think of as hip-hop culture. Das ist also ein wichtiger sozialer Ort, dieser Haarsalon, sagt Aisha Durham, wo schwarze Frauen tratschen können, sich austauschen und Gemeinschaft oder Kultur schaffen. Und auch sie gestalten eben Hip-Hop mit, diese Haarsalons, nicht nur die Clubs, nicht nur die Straße, sondern eben auch diese Orte. Und darum eben genau erinnert Missy Elliott daran. So, und jetzt nochmal ganz schnell, wir reden ja normalerweise immer über historische, einschneidende Ereignisse, die mit Songs zu tun haben. Was haben wir da jetzt? Was ist da in der Welt vorgefallen, als dieses Lied rauskam? Es ist nicht ganz so eindeutig. Der Song wird im September 2002 veröffentlicht. Das ist ein Jahr nach 9-11. Zeittafel. Im März 2000 platzt die Dotcom-Blase, weltweit stürzen Tech-Aktien ab. Am 11. September 2001 fliegen islamistische Terroristen mit zwei Flugzeugen in die Zwillingstürme des World Trade Center in New York. Die USA und der Präsident George W. Bush rufen einen Krieg gegen den Terror aus. Einen Monat später beginnt die Invasion Afghanistans. Im November bringt Apple den ersten iPod auf den Markt. Im Dezember kommt die Fantasy-Heldengeschichte Herr der Ringe in die Kinos, in der blasse Gefährten gegen dunkle Horden kämpfen. Work It ist dabei die erste Single des Albums Under Construction. Missy Elliott nimmt im Intro selbst Bezug auf 9-11. You know, after 9-11, I view life in such a different way. I saw that the glamour and the glitz and the fame, gossip, hate and envy wasn't none of that important. A little passing, it really opened my eyes because I seen that the church owls that I remember as a kid walking down for weddings and happiness had become the same owl that I used to say goodbye to my loved one. You know, and not only am I under construction, the world is under construction. Also nach 9-11 schaut sie ganz anders auf ihr Leben, auf den Glanz und den Glamour und den Neid. Nichts davon ist mehr wichtig. Aliyah ist gestorben und das hat ihr die Augen geöffnet. Und der Gang in der Kirche, den ich früher hinuntergegangen bin, als Kind bei Hochzeiten in Zeiten des Glücks, ist auf einmal zu einem Gang geworden, auf dem ich den liebsten Lebewohl sagen musste. Ich selber, sagt sie, bin jetzt eine Baustelle. Die ganze Welt ist eine Baustelle. Es gibt so verschiedene Theorien, die erklären wollen, wie sich 9-11 auf die Popkultur ausgewirkt hat. Wenig wirklich belegbare Studien, aber so Beobachtungen, wie zum Beispiel, dass unmittelbar danach es einige Songs gibt, die erstmal die Toten von 9-11 betrauern. Country-Musik soll dadurch angeblich männlicher, patriotischer und religiöser geworden sein. Und im Rap geht es mehr denn je um den sozialen Aufstieg. Geld bedeutet nämlich Freiheit. Ja, und im Weißen Haus regieren jetzt ja auch die neoliberalen Falken. Der freie Markt soll alles regeln. Dazu werden die Steuern gesenkt, wovon natürlich die Reichsten dann überdurchschnittlich profitieren. Missy Elliott blickt mit Work It zuerst einmal zurück zu den vier Säulen von Hip-Hop und zu den Menschen, die es nicht geschafft haben. Sie blickt aber auch nach vorne. Sie ist eine Arbeitsbiene in einer Leistungsgesellschaft. Sie kann aber auch als Frau selbst über ihren Körper bestimmen. Und sie verwendet dazu futuristische Beats, die tief im frühen Rap verwurzelt sind. Und da ist das Stück sehr zukünftig. Michael Rappe von der Musikhochschule Köln. Es fragt ja im Grunde genommen nach Raum, Fürsorge, nach der Liebe zwischen den Leuten, Aspekt und das Ganze immer auch mit einer gehörigen Portion Posting. Ja, Posting sollte man wohl dazu sagen, das ist angeben, aufplustern. Österreich würde man wahrscheinlich sagen, eine große Goschen zu haben. Der Song Work It repräsentiert 30 Jahre Hip-Hop, aber auch seine Zukunft. Er ist, wenn man so will, Pop-Musik-Geschichtsschreibung. Pop-Musik-Geschichte wird gemacht. I think that while she is valued and seen as a great kind of songwriter, kind of innovator in Hip-Hop and popular culture. Aisha Durham, University of Southern Florida. I don't think that she was as valued as an MC and as a producer until she had a kind of international recognition. I mean, I truly think it is because of a kind of global recognition of her contributions to Hip-Hop that we are even having a kind of conversation about Missy today. Also Aisha Durham sagt hier, dass Missy Ellet eigentlich erst durch ihre internationale Anerkennung in den USA dann wieder neu bewertet wurde und dass wir nur aufgrund dieses Erfolgs überhaupt jetzt noch über sie sprechen. Das kann also auch in den USA passieren, dass man im eigenen Land lange Zeit relativ wenig gilt. Aber es passiert letztlich doch. 2022 wird sie mit der höchsten Auszeichnung geehrt, die Kulturschaffende in den USA überhaupt bekommen können. Und ein Jahr später wird sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Ja, und spätestens dann müssen sich auch die alten Opas dort Gedanken über Body Positivity machen, über Rap und Hip-Hop und sehen eine Frau, die tatsächlich den Weg geebent hat für viele andere danach. Und auf einmal ist es ein Role Model, eine, ja, eine Rapping-Businesswoman zu sein, die sich auch noch sexy gibt, ohne jeglichen Klischees zu erliegen, die ihr auferlegt werden sollen vom Male Gaze. Ja, und dazu ist es auch noch witzig. Wie heißt der Text? Ist es was wert? Lass es mich bearbeiten. Ich zeig dir mein Zeug, dreh es um und setz es rückwärts. Steif Gurses des No-Museel. Steif Gurses des No-Museel. Und das war einer von 100 Songs. Geschichte wird gemacht. Dieser Podcast wurde gestaltet von Stefan Niederwieser. Co-Host der Sendung war Robert Stadlober. Redaktion und Studioregie Astrid Schwarz. Podcast-Produktion Monika Kaltschitsch. Die Sendung wurde in der Ö1-Radio-Kolleg-Redaktion entwickelt. Redaktionsleitung Ina Zwerger. Mit großem Dank an alle Interviewpartnerinnen und Partner, die Quellen zur Sendung und eine Playlist finden Sie unter oe1-orf-at-slash-100-songs. Eine Produktion des ORF 2024.